So, Urki der Denker. Da müssen wir rein. Hilft Urki dabei, fliegen zu lernen, was? Der arme Vogel. Hey, du Spaste, ich bin's. Nein, ich bin's, Taka, hallo. Ja, du, halleluja. Ja, Betesh, hallo. Ja, du bist schwule, ne? Urki san Patra. Patra. Ha, hallo. Hausan Patra. Ha, ehrlich. Ja, ist er klug, man, ja. Ja, dann Urki fliegt, ne? Ja, ja, ja. Boah, was ein Vogel. Passt ja sprichwörtlich. Fliegen wie ein Vogel. Hallo, Igor. Jage und heute Tiere für Urki. Okay. Lagerfeuerentdeckter interessiert mich jetzt gerade wenig. Eine Schneevogel? Ach, haltet die Schnauze. Ja, aber wie, wie, wie mach ich das denn? Ja, ich will ihn anzünden. Ich will das Lagerfeuer anzünden. Ja, geht doch. Okay, äh, jagen. Oh, haltet die Schnauze, Mann. Ich muss die Schildkröte jagen, Mann. So, was ich das machen soll. Was ist das? Nein, das war falsch. Ma, geht doch. Schon wieder Easy Lars. Die sind überall. Aber die werden gerade umgebracht. Sag mal, du willst mich verarschen. Wie? Was ist das denn? Und wo ist hier eine Schildkröte? Da schwimmt doch was. Ah. So geht das. Beißfischkopf. So, den Beißfisch hab ich. Ich werd mir jetzt aber noch mehr von denen angeln. Ist ja logisch. Wir brauchen die schließlich noch. Was ist das? Schneevogel. Nein, ich will nicht auf dir sitzen. Sag mal, Igor. Boah. So. Nächster Schneevogel. Ja, wer weiß, wofür man die Feder noch braucht. Da ist noch einer. Ich muss mich hier mit kleinen Vögeln kloppen. Alter. So, Schneevogel hab ich. So, Schneevogel hab ich. Weißfisch hab ich. So. Ein Rabe fliegt hier bestimmt rum. Aber wo ist eine verkackte, beschissene, stinkende Schildkröte? Wenn man nicht vom Teufel spricht, wa? Guck mal hier. Eine Schildkröte. Guck mal hier noch mehr von den Viechern. Was ist das denn? Selten schwarzes Jaguar-Feldfunk. Und wieder eine Schildkröte. So, jetzt brauch ich ja nur noch einen Raben. Aber ich will vorher noch ein bisschen Weißfisch angeln. Also, der Mucke geht jetzt mal angeln. Aua. Da war doch grad einer. Na toll. So. Fischchen. So. Ich würde mal sagen, der ist tot. Ja, aber ich brauch doch Beißfischhaut und nicht den Kopf. Ja, oder bin ich jetzt ganz blöd? Handwerk. Ja, Beißfischhaut. Ich bin aber nur die ganze Zeit mit dem Kopper machen. So, wo ist der Rabe? Ich höre ihn. Da. Ich höre ihn. Folgt dem mal. So, dann kriege ich jetzt wieder die scheiß Haut? Komm. Nee, ich will nicht den Kopf. Ach, Mann. Jage und heute Tiere. Ja, schön. Ich brauche immer noch so einen scheiß Vogel. So einen Waben. Kriege ich einen Appel. Ich höre ihn. Das ist ja das Schlimme. Ja, war klar. Jetzt geben wir die Beißeschilder um den Sack. Selten der Weiß hier schaut. Ah, nee. Ich brauche ein Arsrohr. Bis zum nächsten Mal. Ja, nee. Ich brauche mir die Sack. Hab ihn! Das muss doch ein Rabe sein. Rabenfedern. Jawohl. So, jetzt will ich nur mal einen Beißfisch haben. Jetzt hab ich's ja fertig. Krieg ich jetzt wieder diesen Scheißkorb? Kopf. Was soll ich mit dem Kopf? Weil da steht auch nix irgendwie davon, dass ich so einen Korb brauch. So, da hoch. Da, da hoch. Okay, da hoch. So. Bringe Urki alles. Ja. Ich bringe dem Penner alles. Alles, was ich gesammelt hab. Oh Gott. Du fällst doch eh auf die Fresse. Ja. Urki. Uuhuhuhu. Urki. Ja, Babatash. Ja, ich kann es mir vorstellen, wie es endet. Sieh, Oki, beim Sprung zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Junge wird einfach nur sterben. Also anders geht es nicht, tut mir leid. Und jetzt werden wir nicht Darwin nachher noch aus dem Wasser ziehen? Ja! Und auf Wiedersehen. Tja. Abgeschlossen. Sehr herrlich. Sehr geil. Ich gucke, ob der da noch drin liegt. So, ich hab mal abwackeln. Okay, es wird heiß bei ihm unterm Arsch. Naja, Pech. Pech. Das ist eigene Blödheit. Oh, hau ab. So, ein Venya-Ereignis steht an. Ja, wenn Igor kommt, hausab, ne? Oh, hausab, ne? So. Gut. Haben wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Hier ist noch eine Dorfmission. Aber wir machen jetzt hier... Venya helfen, suchen und retten. Suchen natürlich vermissen Venya und retter sie. Nein!